Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Diese Frage stellten sich die baden-württembergischen Grünen vor ihrem Parteitag am 21. und 22. September und verkündeten bei der Landespressekonferenz am Donnerstagvormittag in Stuttgart das Ergebnis. Das da lautete, Winfried Kretschmann will noch mal und kandidiert ein drittes Mal für das Amt des Ministerpräsidenten. Leicht hat sich Winfried Kretschmann die Überlegung, ob er ein weiteres Mal für den Posten des Ministerpräsidenten kandidieren soll, nicht gemacht. Im Vorfeld habe er sich von politischen Weggefährten, privaten Freunden und natürlich seiner Familie, insbesondere seiner Frau, Rat eingeholt. Jedenfalls will ich insofern sagen, dass meine Frau schließlich gesagt hat, mach das noch mal. Aber auch von seinen Parteikolleginnen und Kollegen erhält Kretschmann vehementen Zuspruch. Ja, ich darf für die Landespartei sagen, dass wir uns von ganzem Herzen freuen, dass Winfried Kretschmann noch mal kandidiert. Winfried Kretschmann ist ein hervorragender Ministerpräsident für dieses Land und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass du auch der künftige Ministerpräsident sein willst. Diese Einschätzung teilen nicht alle. Insbesondere das hohe Alter des derzeitigen Ministerpräsidenten wurde wiederholt thematisiert. So bemerkte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Röke, dass Kretschmann bei einer weiteren vollendeten Amtszeit 78 Jahre alt sei und man sich somit auf fünf Jahre Kretschmann nicht verlassen könne. Kretschmann beantwortete die Frage zu seinem Alter folgendermaßen. Das Alter hat eine lange Zeit eine Rolle gespielt, davon bin ich abgekommen. Man muss sich aber fit fühlen für dieses Amt, das heißt in der Lage sein, es körperlich und geistig zu führen. Und den Eindruck habe ich mir jedenfalls mal von mir selber. Einen Plan zur Mitte seiner Legislaturperiode abzutreten habe er nicht, sonst müsse man gar nicht antreten, so Kretschmann gestern. Die Spitzenkandidatin der CDU, Dr. Susanne Eisenmann, reagierte gelassen auf die erneute Kandidatur Kretschmanns. Sie habe zu keiner Zeit mit einem anderen Kandidaten gerechnet. Weniger gelassen reagierten SPD und Die Linke. Tübinger SPD-Bundestagsabgeordneter Martin Rosemann erklärte heute Vormittag, dass weiter somit Kretschmann sei nicht das, was das Land für die 2020er brauche. Der Landessprecher der Linken postulierte, weitere fünf Jahre Kretschmann bedeuteten weitere fünf Jahre Stillstand. Die Alternative für Deutschland ließ vermelden, man habe emotionslos auf die Neuigkeiten reagiert.